Hallo, ich bin Maria Lasic, ich komme aus Eichstätt. Ich bin Marius Grein, ich wohne in Berlin. Mein Name ist Marc Hardwick, ich bin aus Barbados. Meine Meinung zu Afghanistan ist auf jeden Fall, ja, an sich ist es ein schönes Land. Es ist super viel, was, glaube ich, schief läuft, wo man dieses Land unterstützen sollte, denen zu helfen, der Krieg, die Unruhen dort aufhören. Meine Bildung von Afghanistan ist, dass es viel Krieg geht. Und ich denke, dass es viel von Afghanistan ist, dass es vielleicht mit Freiheit oder Demokratie geht. Aber ich denke, es gibt viele Dinge, die geblieben sind. Also mein Bild von Afghanistan ist recht neutral, weil ich über kein Land eine Meinung habe. Ich finde, dass jedes Land einfach so schön ist, wie es ist und auch so gesehen werden soll. Afghanistan ist ein Third World Country. Viele Krieger, Religionskriege viele. Deutschland hat gestern 37 Afghanen abgeschoben und man diese Menschen hier unterstützen sollte, dass sie hier Fuß fassen können und im Prinzip hier ihr neues Leben aufbauen können. An sich, ich kenne mich nicht allzu gut mit Politik aus, aber trotzdem finde ich, an sich ist es grausam, dass man Menschen, die einfach Hilfe brauchen, denen es nicht gut geht, dass man sagt, man schiebt sie ab wie jemanden, den man einfach wegwerfen kann. So, die Deutschen verstehen nicht. So, es ist einfach kalt. Und Leute müssen Menschen sein und denken auf die Situation. Die Leute müssen die anderen Schuhe tragen. Oder sie Drop. Und diese Menschen werden nicht aufgeschoben. Genau. ue